Der Helixstein befindet sich in Olivias Privatlabor. Nur wenige haben ihn je gesehen. Aber wenn du nicht grundlos zu uns gekommen bist, kannst du vielleicht etwas erkennen, was wir übersehen haben. Es ist kein Zufall, dass wir ihn gefunden haben. Die Dämonen haben seine Rückkehr vorhergesehen. Wenn er aufwacht, könnte er die ganze Mission gefährden. Er ist der Einzige, der es mit ihnen aufnehmen kann. An alle Lazarus-Mitarbeiter. Es wird eine offene Diskussion geben, um Fragen und Bedenken wegen der Verwendung von Dämonen als Waffe auszuwäumen. Melden Sie sich um 1400 Uhr in der Kapelle. Bitte speichern Sie zuvor Ihren Arbeitsfortschritt. Das war's. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.